A7 A7 kurz vor Murquia Ja, das ist landschaftlich hier ein ganz anderes Spanien wie das so aussieht eine Hochebene Normale Landwirtschaft, kaum noch Folieboden Ja, um den Berg fahren wir rum Aber hier geht es nach Mazaron Das liegt dann wieder an der Küste da möchte ich aber nicht hin Ich werde heute noch bis Elche fahren und den Elche dann wieder übernachten Hier kann man also gut fahren Alles flach Rotte freut sich Ich glaube jetzt kommen bis Elche keine Berge mehr Bis dann So, bis dann Bis dann